Schlussendlich eine ganz bodenständige Frage. Wofür würde es sich denn wie lohnen für dich zu protestieren? Bodenständige Frage. Naja. Wofür es sich lohnen würde zu protestieren, habe ich im Grunde genommen gerade und vorhin schon angedeutet. Nämlich für eine Gesellschaft, die über den Kapitalismus hinausgeht, der das Glücksversprechen, das erstmals in der bürgerlichen Gesellschaft formuliert wurde, oder beim Wort nimmt und kritisiert, dass dieses Glück für alle, unabhängig von Hautfarbe etc., nicht einlösbar ist in der jetzigen Gesellschaft. Wie dieser Protest aussehen sollte, kann ich so konkret logischerweise nicht formulieren. Und ich habe auch so ein bisschen den Verdacht, dass hinter der Frage so eine Art Sehnsucht nach der konstruktiven Kritik steht. Also die Sehnsucht, wenn man diese Globalisierungsbewegung oder diese Antiglobalisierungsbewegung schon kritisiert, dann muss man auch Gegenvorschläge machen können. Die Gegenvorschläge kann ich nicht machen. Ich kann nur sagen, dass Kritik nicht konstruktiv zu sein hat. Konstruktive Kritik ist keine Kritik, sondern ist ein Verbesserungsvorschlag. Im Grunde genommen ist schon recht viel gewonnen, wenn durch Kritik, durch eine theoretische Auseinandersetzung mit bestimmten Phänomenen einfach der Blick auf die Verhältnisse wieder frei wird. Wenn der Denkschrott, der sich in ebenfalls 150 Jahren innerhalb der Linken angesammelt hat, wenn der erstmal wieder verschwindet und man halt weiteres besser auf die Verhältnisse zublicken kann, wenn man die Verhältnisse sich weiteres besser ansehen kann, dann ergibt sich entweder von ganz allein, was man tun kann, oder es ergibt sich eben nicht.